Sticks, Master of Shadows, Admi-Engine, KMD Studio, Focus Home Interactive. Diese Symbole scheint, wenn das Spiel gesichert oder geladen wird. Bitte schalten Sie die Konsole nicht aus. Ja, mache ich definitiv nicht. Mache ich, 100% nicht. Warum wohl? Er war so. Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt, einem Blind Let's Play zu Sticks, Master of Shadows. Ja, keine Ahnung, was so ein Spiel ist. Ich habe es runtergeladen, getestet gehabt und ja. Aber wollen wir erstmal Start drücken. Profil wird geladen. Synchronisiert. Ja. Dautermittel. Natürlich ein neues Spiel. Normal. Erinnerungen. Erinnerungen wegen was? Was hat er letztes Jahr, äh, was hat er letztes Jahr getan, oder? Keine Ahnung? Letzten Sommer? Oder, ich weiß. Dein Körper reagiert auf Dunkelheit. Sie stimuliert die Goldharzkräfte in dir, was sichtbar auf deiner Haut zeigt. So kann es erkennen, ob du in Schatten wandelst oder wenn du sichtbar bist. Ah, Gott. Aha, aha, aha. Ja, wie gesagt, vermischt es selber blind und warum wir mal loslegen. Äh. Ja. auf die Dörren, und sie stellen Soldaten in fronten dieser Dörren. Je größer das Geheimnis, je größer das Lock. Und das verrückt ist diejenigen, die es wollen. Ich will meine Ancestors mich entschuldigen. Ich bin einer von diesen, für meine Verkaufnahme. Ah, dieses Geräusch. Diese Voices. Ich kann es nicht verstehen. Amber. Das verdammt, 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 aus dem Herzen des Welt. Ein Magma von Dörren. All die Gedanken von denjenigen, die die, die zu essen, die Verkaufnahme. Humanos. Elves. All ihre private little chatters, in dieser... ...disgustig. Eine Flöte von Ideen, ständig in meine Kopf. Für alle diese Jahre. Es dauert so lange für mich zu finden diesen Ort. Mit jedem Schritt, ich höre meine Sprache ein bisschen weniger, und alle anderen ein bisschen mehr. Ich bin so leid. Es ist Zeit, um es zu enden. Während ich immer noch meine eigenen Gedanken kann. Das Herz des Trenn. Das ist warum ich hier bin. Das, zumindest bin ich sicher, ist mein eigenes Wille. Ich bin so leid. 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 Und es beginnt jetzt. Was für ein Plan der hat, der hat? Alles gut, Bist. Wache da. Antwort, wenn Lord Barnumann zu dir spricht. Wer bist du? Sprich. Mein Name ist Stix. Das ist eine Überraschung. Die Elf geben nennen zu ihren Monstern. Woher kommst du? Ich habe noch nie gesehen, wie du bist. Ich bin einer anderen Art. Es sind die Elf, die es gegründet haben, Vater. Das ist klar. Sie holen diesen Runt aus ihrer Sticky-Larbe, und sie haben sie hier für uns spüren. Sprich. Es sind die Elf, die dich gegründet haben? Warum bist du hier? Ha 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 ha. Elf. Wenn du nur wissen. Sie brauchen keine Spieger, um herauszufinden, was zu tun in dieser Storff-Larbe. Also? Du arbeitest für sie? Was hast du hier gekommen? Ich bin für das Herz, natürlich. Ich wusste es. Die Degenererinnen wollen das Herz wiederholfen, und sie sich selbst behalten. Vater. Wir müssen sie wiederholfen, während wir noch Zeit haben. Enough, Aaron. Ich habe diese Allianz mit den Elf, und ich will sie respektieren. Für den Momenten, wir brauchen die Elf. Sie wissen es sehr gut. Was? Oh, ja. Du brauchst die Elf. Wie viele von euch poor, kleinen Menschen die letzte Mal, die du versucht, um sich selbst zu erzeugen? Huh? Wie viele? Hundreds? Oh, ja. Du brauchst die Elf. Aber sie brauchen dich nicht. Wie lange du denkst, dass du sie in ihrer eigenen Welt kannst? Die Elf ist es. 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 Und ich will, um meine Hand auf ihn und wegzunehmen. Sie werden die Elf wiederholfen, oder? Aber sie werden nicht eine Sache machen. Wir haben ein Verhältnis. Ein Verhältnis? Wir haben nicht ein Verhältnis mit Menschen, die mit der Elf haben in ihren Beinen. Ha, ha, ha. Du bist aus Ihrer Gefahr, Herr Govner. Oh, ha, ha, ha. Du hast ein bisschen nervös. Ha, ha, ha. Ich bin sicher, dass du noch nie gesehen das Herz des Hauses. Oh, aber ich habe gesehen. Ich bin in den Atrium in den Atmen. Seitdem ich in den Atmen in den Atmen kann ich ihn sehen, Nacht und Tag, sogar in meinen Tränen. Und jeden Tag, ich sage mir, Hey, Rackhash. Das Herz des Hauses ist dort, fast zu erreichen. Und mit deinem Leben wirst du einen Weg finden, weil du es nicht verlassen kannst. Okay. Ja, Sticks. Wir wissen Bescheid. Ohne durchführen wir sich nackt. Okay, gut. Wollen wir mal springen und festhalten. Ich sollte da sein, zu klammern. Ja. Wollte schon mal sagen. Rumpflatern. Hehehe. So. Gut. Und. Findet den Dolch. Vielleicht hier rüber? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das Spiel bloß mal angetestet. Du siehst den Dagger, den Duncan gefunden hat. Ich wundere, woher kommt es? Es ist nicht von hier. Ja, well, nicht aufregend. Wir spielen heute mit Dice. In der meantime, schau deine Hände ab. Okay, okay. Ich warte bis heute Nacht. Ja, die lassen den Dolch wahrscheinlich liegen, oder? Für uns. Sie müssen über meine Dagger sprechen. Sie können weit entfernt sein. Er hat eigentlich schwört, dass er nicht so weit entfernt ist. Ein Lebenstrank. Ich sollte diese Flaske trinken. Es würde mich ein bisschen aufmerken. Und der Dolch scheint, wo hier versteckt zu sein. ich denke. nicht so weit entfernt ist. Sei vorsichtig bevor der Dolch zurückgeht. Du musst unbedingt aufpassen, dass dich niemand entdeckt. Was ist los mit dir? Du findest mich schon doch nicht. Schau. So. Gut. Darum springen, oder wo jetzt? Ich lasse überhaupt nicht. Oh! Der Lebensbaum! Da ist er doch. Der Baum. Ich bin ein kleiner Baum. Es scheint so nahe. Aber es ist ein Mirage. Es ist so groß, dass es so nahe ist. Aber ich habe noch ein lange Weg zu gehen. So, von dem ich gehört habe, der einzige Zugang zu dem Herz ist eine Brücke, die der zwei-Fäßig Herr Barrett hat, mit einem Tamper-Proof-Lock. Und er hält die einzige Schläge in seinen Apartment. Und wenn das nicht genug ist, die ganze Stadt ist mit Elbs. Ich werde jetzt in die Prisons gehen und freiwillig meinen Freund sein. Er weiß wie ein Elf. Also, wenn ich in dieser Tower überleben werde, dann werde ich irgendwo safe sein müssen, als auch eine Karte auf der A-Tree. Na gut, ich werde nichts getan stehen hier. Ich werde meine Dagger, und dann geht's nach Arbeit. Ja, das würde ich auch mal sagen. Aber dies werden wir beim nächsten Part tun. Bis gleich beim Endcard. So, wow, fertig. Ein Spiel, was bestimmt sehr überraschend ist. Weil, wie gesagt, es ist neu für mich, ich kenne es kaum. Ich habe es kurz am Anfang angespielt, und dann merkt es nicht. Ja, wie gesagt, gut, dass ich es gemacht habe. Weil es ist ein Blind Let's Play, und ich weiß nicht, worum es geht. Es geht halt um den Weltraum, und das für den Weltraum für E-Kunzel. Und ja, wir haben ja leider nicht. Wie gesagt, schon der Part hat uns gefallen. Bis zum nächsten Mal. Let's Play... ...SIGS! Also auf den Shadow.